Morgen haben wir im NSA-Untersuchungsausschuss unsere wichtigste Zeugin, Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel. Sie wird zu Themen Rede und Antwort stehen, wie beispielsweise die Aussage Abhören unter Freunden, das geht gar nicht oder die Abhöraktion bezüglich ihres eigenen Handys oder der Frage, welche Konsequenzen im Bundeskanzleramt aus dem NSA-BND-Skandal gezogen werden. Ich freue mich auf die Zeugenvernehmung von Angela Merkel und ich glaube, dass sie ein großes öffentliches Interesse hervorrufen wird.